HSV Total im Doppelpass mit der Telekom Riesenfreude bei den Verantwortlichen des HSV. Ab dem 1. Juli 2015 ändert sich der Stadionname. Das Volksparkstadion ist zurück. Herr Kühner hat sich bereit erklärt, die Rechte an der Stadionbezeichnung zu erwerben und hat sich entschlossen, das Stadion in Volkspark umzutaufen. Damit ist das erreicht worden, womit der HSV stark geworden ist. Back to the roots, zurück zu dem, was wir immer gewesen sind. Ein Fußballklub, der sich mit dieser Stadt identifiziert. Für Herrn Kühne war es besonders wichtig, dass er dort wieder anfangen kann, wo er, als er angefangen hat, sich für den HSV zu begeistern, mitgefiebert und mitgelebt hat. Zusätzlich dazu steigt Klaus Michael Kühne als strategischer Partner bei der HSV Fußball AG ein. Wir werden 7,5 Prozent des Vereins jetzt bei Herrn Kühne platzieren. Die Gremien, der Verein als Hauptaktionär, als einziger Aktionär bisher, genauso wie der Aufsichtsrat, haben gestern dem Vorgang zugestimmt. Herr Kühne wird 18,75 Millionen seiner Darlehen in Eigenkapital umwandeln. Damit ist es für uns eine wunderbare Gelegenheit, unsere finanzielle Situation zu stabilisieren. Wir müssen diese Darlehen nicht mehr zurückbezahlen. Das heißt, die Last der Zukunft liegt nicht mehr auf uns. Wir müssen keine Zinsen mehr auf dieses Kapital, was wir bisher zur Verfügung bekommen hatten, bezahlen. Und wir sind vor allen Dingen auch bei den Banken wieder durch das erhöhte Eigenkapital ein ganz anderer Partner geworden, der von Stabilität geprägt ist. Der aktuelle Namensgeber Imtech begrüßt die Ankündigung, dem Stadion des HSV seinen ursprünglichen Namen zurückzugeben. Klaus Michael Kühne erhält die Namensrechte am Stadion für zunächst vier Jahre. Ganz besonders freue ich mich natürlich auch, dass Herr Kühne uns die Gelegenheit gibt, durch sein Engagement unser Stadion wieder zu seinem ursprünglichen Namen zurückzuführen, nämlich zum Volksparkstadion. Ich glaube, alle die hier stehen wahrscheinlich, die aus Hamburg kommen, die HSVer sind, aber auch ganz viele Fans, Zuschauer, Anhänger und Hamburger freuen sich unglaublich wieder auch ins Volksparkstadion gehen zu können. Und das hat uns Herr Kühne mit einer außergewöhnlichen Vereinbarung und mit einer außergewöhnlichen Tat für uns alle geschaffen. Ein großer Tag für den HSV, bei dem die Tradition seit heute wieder ein Stück mehr in den Mittelpunkt gerückt ist.